Willkommen zu meinem Video, meine Meinung zu Spider-Man Homecoming. Schließt sich in der ersten Strahlung in den deutschen Kinos am 13.07.2017, Brunsturm Studios, Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures, Matolmach Productions und Arad Productions. Einspielergebnisse 899,211 Millionen Euro, Productionskosten 60,886 Millionen Euro und gewinnen 46,325 Millionen Euro. Kurz zur Story des Films. Nach der Einführung von Spider-Man in Captain America Civil War bekommt der MCU Spider-Man seinen ersten Solo-Film. Peter Parker ad. Spider-Man ist an seiner Schule zusammen mit Ned Leaves ein Außenseiter. Er ist in ein Mädchen namens Liz verliebt, die Präsidentin des Zehn-Kampf-Teams ist, in dem auch Peter Mitglied ist. Er ist auch als Super tätig, wo er normale Verbrecher bekämpft. Doch er will mehr und deswegen fragt er ständig Happy Hogan, Tony Stark Sicherheitschef, ob man ihn für eine wichtige Mission braucht. und hält sich deswegen für einen Rückruf von Happy bereit. Und deswegen leiden die Schule und seine Hobbys darunter. Als Spider-Man einen Überfall auf einen Geldautomaten verhindert, bemerkt er, dass die Verbrecher Chitauri-Waffen gegen ihn einsetzen. Die Adrien Toons alles Wulcher an die Verbrecher verkauft hat. Nur muss Spider-Man Wulcher besiegen und ihn davon abhalten, weitere Waffen zu stehlen und zu verkaufen. Nun zu meiner Meinung. Der Anfang, wo wir die Story von Adrien Toons sehen, gefällt mir ganz gut. Denn so lernen wir den Hauptschurken des Films kennen. Ich finde es komisch, dass die Verbrecher, die die Bank ausrauben, Avengers-Masken tragen. Ich meine, was soll das? Warum tragen die Verbrecher Avengers-Masken? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Auch die Motivation von Peter gefällt mir wirklich. In den drei Spider-Man-Filmen von Sam Raimi und den Amazing Spider-Man-Filmen war es der Tod von Ben Parker. Im MCU Spider-Man ist es, dass er Tony Stark beeindrucken will. Man erwähnt nicht mal, dass Peter einen Onkel hat. Es wird so getan, als gäbe es ihn gar nicht. Und Ned ist einfach nur nervig, weil er ständig Peter irgendetwas über Spider-Man fragt. Generell mag ich Ned nicht wirklich. Er ist einfach nur nervig. Und auch Matt J. Jones ist mit ihren Sprüchen ziemlich nervig und ist auch ein ziemlich unnötiger Charakter. In den drei Spider-Man-Filmen und den Amazing Spider-Man-Filmen war der Anzug von Spider-Man selbst genäht und selbst von Peter entworfen. Im MCU Spider-Man bekommt Peter seinen Anzug von Iron Man. Und der Anzug hat viele verschiedene Funktionen. Das heißt, er hat einen Iron Man-ähnlichen Anzug und das sollte nicht sein. Denn er ist nicht Iron Man, denn Spider-Man zeichnet sich nicht... Denn Spider-Man zeichnet sich dadurch aus, dass er die Kräfte einer Spinne hat und nicht durch einen Iron Man-ähnlichen Anzug. Was mir aber gefällt, ist, wie er mit dem Anzug interagiert und erstellen muss, wie man die verschiedenen Funktionen richtig einsetzt. Generell werden alle Probleme, die er hat, von Tony Stark gelöst. Er fällt in einen See. Einer von Tonys Roboteranzügen rettet ihn. Ein Schiff, wo er sich befindet, droht auseinanderzubrechen und wieder Tony rettet ihn. Und wieder Tony rettet ihn. Wirklich alles, was Spidey tut, hängt mit Tony zusammen. Ich finde, Tony Stark ist viel zu präsent für diesen Film, der eigentlich ein Spider-Man-Film ist und kein Iron Man-Film. Und generell hat Peter keine wirklichen Probleme. Seine große Liebe löst, findet ihn toll und will auch mit ihm zum Ball gehen. Und die anderen Probleme löst Tony Stark. Adrian Toons ist zwar ein guter Schurke, denn man versteht ihn auch, denn er verkauft die Waffen, um seine Familie zu finanzieren. Er ist aber kein Spider-Man-Schurke, denn Tony Stark ist dafür verantwortlich, dass älteren Toons seinen Job verloren hat. Spidey steht im Nullenweg. Er will nicht wirklich gegen kämpfen. Seine große Schurke des Films ist kein Spider-Man-Schurke, sondern ein Iron Man-Schurke. Außerdem finde ich es lächerlich, dass Ned den Schurker fast besiegt. Ich fand es auch gut, dass Peter auch mal ohne seinen Iron Man-Anzug kämpft, denn Tony ihn zuvor abgenommen hat. So muss er gegen Eldon Toons ohne seinen Anzug kämpfen. Der Kampf zwischen den beiden ist nicht wirklich interessant. Am Ende rettet Peter Eldon Toons das Leben. Somit unterscheidet sich Spider-Man von den Avengers, die ihre Schurken immer töten. Und das fand ich gut. Dass am Ende sich entscheidet, kein Avenger zu sein, ist schon komisch und nicht nachvollziehbar. Denn eigentlich war die ganze Motivation, den ganzen Film durch Tony Stark zu beeindrucken und ein Avenger zu werden. Ein ganz guter MCU-Film, aber kein guter Spider-Man-Film, weil Tony die Hauptmotivation von Spider-Man ist. Das war es auch schon mit dem Video meiner Meinung nach zu Spider-Man Homecoming. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.